Ja, dann gehen wir runter da. Musst du wieder reparieren, ja? Ja, muss ich. Ich bin nicht mehr so... gestorben. Also wenn man rückwärts fährt, ist man auch nicht so schnell. Da fliegt man halt nicht drüber hinweg so, ne? Mhm. Ist aber auch blöd gemacht, da. Hm. So! Naja. Was ist das jetzt hier? Warte mal. Wupps. 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 Hm. Wupps. Ja, ich hab ne Christ. Drei. Das ist doch gut. Ja. Das ist doch gut. Mhm. Ach, Mensch. Oh! Ich wollte gerade sagen, mach die mal eben klar. Ich hab hier auch noch ne Quest, ich hab hier wohl irgendwie nie gequestet. Aha. Echt? Das kann nicht sein, das stimmt irgendwie nicht. Aber ich hab auch schon in anderen Indies, wo ich auf jeden Fall drin war, ich wollte sie auch wieder quest. Ich glaub, vielleicht haben die Opa mal irgendwas zurückgesetzt gehabt, also. So. Wurst. Auf bestiegen. Ja. Na Glückwunsch. Na Glückwunsch. Glückwunsch. Es ist bestimmt noch 60, wenn wir fertig sind. War die Hunde? Ja, ja, da war ein Hunde. Da müssen wir die Hunde ledern. Ich glaube, jeder sagt ledern anstatt Kirschen. Das heißt, würde man was zu ledern, das zurechtschneidern. Das heißt, das ist ein Hunde, das ist ein Hunde, das ist ein Hunde, das ist ein Hunde. Das heißt, das ist ein Hunde. Das heißt, das ist ein Hunde. Scheiße, dieser verkackte Ohrwurm. Ich habe vielleicht wieder vergessen, wie ich mich zu Polo-Man geht. Ich habe Polo-Man. Ach nee, das war vielleicht ein Doppel. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Typisch. Ja, das ist ein Hunde, das ist ein Hunde. um ich komme die in den grünen und schädig in verschiedenen höchstürmen um so als klar gemacht Ups. Die macht ihn klar. Mach ihn klar! Naja, geht doch. Okay, der tötet dich wahrscheinlich, aber... So! Ich hätte das nicht... Jo, der hätte sich erstmal noch eine Minute heilen müssen und so. Jo. Ist ja nicht so schlimm. Du könntest auch einen theoretisch alleine durch. Du musst ja nur zusehen, dass du einem nach dem anderen machst und nach einer anderthalb Stunde bist du hier durch. Naja, das hätte ich nicht geschafft. Weil die auch Gruppen weiterkommen, deswegen ist das... Ich wär gern so gerne. Oh, ja, hier. Glückwunsch! Jo, danke. Na, ich versuche das hier Gott. Ich mach das mal eben klar. Mach das klar. Du musst es schon. ich bin extrem ist die beste danke ja bitte ich weiß nicht mal jemand der das aussieht du bist eigentlich relativ gut, Erfahrungsgut bekommen hier, ne? eine ich bin ich mit Klammern und bis und hier müssen sollte und Gehtze da ich habe das Schützgüter das war so anstrengend ich verstehe nur nicht warum man jedes mal wenn man den killt schon den erfolg bekommt obwohl unten ja noch raus ist ich verstehe das auch nicht so levitiert mein tier schon wieder das sieht so bescheuert aus und der schlittert einfach durch die luft so so und kommen heute ja jetzt habe ich es richtig gesagt heute hin kann man gehen was haben wir Interlens Lens Grau Interlens Grau, den Scheiß brauchst du nicht Du bist Priester, aber brauchst du Stärke und so für wirklich das ne Na klar, natürlich Hör doch mal auf mit dem Levitinieren hier Levitinieren Lekrementieren Exkrementieren Hör doch mal auf mit dem Exkrementieren hier, echt Du bist zu bescheuert Ich glaub da kann man, wenn man Fächer hat, daneben schweben, oder? Ja Stopp Komm jetzt steckt man auch gut Obwohl, ne, die ist ab 65, die kannst du erst ab 65 rein Ja Wir müssen also nochmal zurück dann später Machen wir den in die nächste ne Alles klar Ja Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin